Fleisch. Du guckst dich. Du machst uns salve. Musst du eigentlich für mich Fleisch suchen oder so? Nein. Hepp, hepp. Spinne, komm her! Spinne, Spinne, Spinne! Haua, haua. Dass man keine Erfahrungspunkte sammeln kann, nur so stärker wird. Mhm. Spinne, böse Spinne, hau. Oh, das ist noch ein Spinnennetz, jawoll. Nächstes Spinne, ist kaputt. Boah, ich bin tot. LOL! Nicht ernsthaft, oder? Meine Schuld. Jetzt habe ich keine Spinnen, die ich töten kann wegen Heilsam und ich habe gerade die Heilsam gegessen. Warum isst du die? Weil ich ein bisschen wenig Leben hatte. Ja und? Och, nö, oder? Doch. Warum? Also nicht. Machen wir jetzt erstmal Feuer hier für die Nacht. So. Hi, Spinne. Gib mir bitte Heilsam. Warum gibst du mir Fleisch? Du blöde Kackviech. Jetzt bleib ich einen kurzen Moment hier drüben. Hä? Och, Centus. Was denn? Hast du nichts gemacht? Doch. Du bist gestorben an einer Killerbiene. Von 6 Killerbienen. Lass mich raten, du hast so ein Honigding angegriffen. Ja. Warum baust du dir kein Netz und fängst die? Weil du die Killerbienen ringsherum getötet hast schon. Ja, und dann einmal anhäten und dann nimmst du einfach ein Netz und fängst die alle. Ja. Ich hab auch einmal angehettet. Ich wollte in dem Moment auch weg. Aber die waren viel zu schnell. Heißt ja auch Killerbienen, du. Nein, ich war aber instant tot, weil alle auf einmal angegriffen waren. Ja. Oh, heiß, 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 heiß. Okay, dann kommen wir wieder durchs Wurmlauch und ich suche jetzt erstmal Spinnen. Oder lass mich raten, du hast keine Spinne getötet, die heilsalbe hat. Nö, bei mir kommt auch noch Monsterfleisch. Du bist so ein richtiger Beefjerky. Jetzt muss ich erstmal hier was suchen. Ach mann. Hier ist ein Grab. So, wenn man Spinnen haben will, ne, dann findet man keine. Ja. Eigentlich ist das normal. Spinnen. Ja, toll, wegen sowas geht halt mein Gehirn runter. Einmal mit Profis arbeiten. Einmal. Dann wäre das nicht so lustig, weißt du doch. Dann stirbt er schon am ersten Tag. Aber dann wäre das nicht so lustig. Nein, das ist gerade nicht lustig. Jetzt muss ich immer so ein Ding suchen. Oh mann, ich wollte eigentlich schön Farben gehen. Warum ist doch die Salbe? Weil ich die Salbe immer esse. Ja. Weil ich eigentlich wusste, dass du schon am ersten Tag stirbst. Zweiter Tag, bitte. Such mal lieber ein paar Spinnnetze. Zweiter Tag, du Spocken. Oder zweiter Tag. Such mal lieber ein paar Spinn-Dinger. Das bringt doch nichts, du siehst das doch eh nicht. Klar, ich seh dein eigen, wo das auf der Mappe ist, sicher. Ich hab schon, ich hab schon gefunden. Ja, siehst du, ich muss jetzt immer die Bälle aussortieren hier. Die hängen hier grad unten fest. Mhm. Kann man die schön abfahren, weil ich jetzt schon Gier habe. Weil du Gier hast? Ja. Ja. Ah ja, ja. Centus, der stirbt so schnell wie noch nie. Ja, ja. Mal ganz ruhig. Das kann ich erst so den, den Hunde zankern kann die nicht aufhören, okay. Wo ist sie oben? Hä? Äh. Äh. Wer ist sie? Was macht der Geist daneben dir? Boah, so nicht. Aus dem Grab gekommen mit einem. Soll ich die Spinne mutieren lassen? Nein. Da, heise. Willst du mal den Geist töten? Alter. Geht mir auf den Sack. Er schiebt mich die ganze Zeit weiter. Oh, du bist mir einer. Ich weiß. Ich bin einer. Wo ist das denn hier nochmal? Aua. Dankeschön. Hat du fein gemacht. Hier, nimm erst mal das ganze Monsterfleisch. Da, bitte. Hat du fein gemacht. Dankeschön. Ich finde das lustig. Nein. Nicht, 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 nicht. Den will ich gerade gar nicht töten. Abigail. Ach, die ist noch nicht fertig. Nein. Ach, hier. Gif. Ja. Boah. Hast du mir das mal gegeben? Ja. Mach ich sonst fast auch immer. Aber nur immer. Fass. Schmeißen wir das immer hin. Nee, aber ich will nicht die ganze Zeit aufs Zeug farmen. Ja, ich weiß, es wird gleich Nacht. Erst mal zurück. Du mal zurück. Und Killer Bean nur angreifen, wenn du ein Fischernetz hast. Oder so ein Fischernetz. Oder so ein Fischernetz. Ich hab doch... Hä, was hast du? Komm. Du hast ein Lecknetz? Ach, jetzt war... Du hast wirklich Lecknetz. 343. Äh... Oh... 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 Den Ping wird aber immer höher, du! Komm mal auf die 500? ihr habt echt kack internet mein internet ist gut ja ich weiß dass wenn ihr am zocken ist ich sehe schon wieder dass er stirbt wo ist mein speer kommt doch bitte zu mir entgegen ich hab sie schon gefangen weiss wie man die tötet hast du gemacht greif an macht das ding kaputt macht doch das ding kaputt bitte ja macht doch das ding kaputt macht doch das ding kaputt ach so du kriegst schon wieder schaden meine brauchst du nicht fangen meine sechs sie kommen wir tanzen richtig die kommen wieder die mögen mein tanz mein wilden tanz weiß was zu essen du stirbst aber nicht gleich bitte noch mal oder erst in der zeit ordentlich was dann könnte bitte jetzt weg bedenken es wird jetzt nacht und jetzt kommen sie mir hinterher die kann man so kacke attacken lauf kleiner man lauf brenn kleine biene brenn sei artig und brenn du auch lasst sie brennen brenn kleine biene versuchst sie ernsthaft zu fangen oder was ich hab Blühbämmchen grad gefangen ich hab einfach nur gemacht, komm hier Die Laterne eigentlich Weiß er nicht, hol die Laterne, ist irgendwo bei Survival oder so Survival Hier hast du nen Klosstöpsel Hier hast du nen Klosstöpsel Ich kann dich sogar Kann ich dich sogar anzünden? Och nö, schade Am Arsch, du Affel So, jetzt brauch ich erstmal Holz Ich hab wieder nen besseren Ping Ja, merkt man Merkt man sofort Alter, wir machen wieder nur Kacke Wir sterben in den nächsten 20 Tagen wieder Das ist Standard Wir machen immer Kacke Das ist doch normal Ey, Trutan Du bist gar wirklich Trutan Wir machen immer viel zu viel Blödsinn Lass uns mal ernst sein Okay Ja Wir beide unernst, ne? Das geht nicht Nicht in diesem Spiel Das geht nicht Bringt doch viel zu viel Spaß Können wir ein bisschen Holz sammeln gehen? Können wir jetzt ein bisschen ernst spielen und Holz sammeln gehen? Nö Bitte Ich sag's sogar schon Bitte in diesem Spiel 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 Ich sag's sogar schon Bitte in diesem Spiel